Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenden. Wir spielen heute wieder Minecraft Attack of the B Team und ich habe voll Bock auf dieses Game und habe Eisen gefunden. So, wie gesagt, wir sind bei G Factory jetzt. Haben wir einen schönen Server gesponsert bekommen. Ich wollte es nochmal erwähnen, falls es untergegangen ist oder ihr euch fragt, warum ist da oben so ein G Factory Ding? Dann wisst ihr es, warum. So. Zack. Und noch mehr Eisen. Ich werde auch ruhig mal ein bisschen Kohle finden, damit ich ein bisschen Licht machen könnte. Sehen wir hier irgendwo zufüllen. Ach, jetzt war ich tief. Kupfererz, das können wir vielleicht auch direkt mal mitnehmen. Oh, Redstone, nice. Wir werden hier schon mal alles haben. Wir begeben uns jetzt auf der Suche nach Steinen für unser Haus und nach Kohle. Ich weiß ja noch nicht, wofür ich das Kupfer brauche, aber wir nehmen es mal mit. Ich werde gleich nämlich eine Eisenspitze machen. Aber dazu brauche ich Kohle. Kohle ist bis jetzt ziemlich mangelbar. Das ist nämlich ein Problem. Was haben wir hier? Aluminium. Das habe ich wahrscheinlich nicht abgebaut mit Eisen, oder? Ne, schade. Das macht nichts. Ich habe es mir nämlich auch schon fast gedacht, dass das nicht geht. Aber na gut. Was soll es? Was soll es? So, zack. Zack. Und zack. Tada. So, ups. Sehen wir irgendwo Kohle? Vielleicht, wenn wir hier oben sind. Da ist Kohle. Ey, nice. Ja, sicher. Kohle, Kohle, Kohle. So. Können wir gleich den Ofen anschmeißen. Dann können wir erstmal schön Eisen schmelzen. Und mit dem Eisen machen wir uns dann Eisenspitzhacken. Wenn wir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Eisen finden würden, das wäre natürlich noch geiler. Aber, ich weiß gar nicht, wie viel Eisen wir haben, wie viel wir gerade abgebaut haben. Da habe ich nicht drauf geachtet. Dankeschön für dieses wunderschöne Kohle. Dann noch mehr Kohle. Wunderschön. Kohle muss her, die Kohle muss her. Kohle, die Kohle, die Kohle muss her. Zack. Das muss auch noch. So. Hier. Medium gehen können wir ja gar nicht abbauen. Dahinten ist noch mehr Kohle. Also jetzt, wo wir den Lauf haben, sollten wir die Kohle wahrscheinlich holen, weil wir müssen so viel noch brennen und kochen und alles. Da wäre die Kohle auf jeden Fall nice für. Will ich aber mal ganz kurz was schauen. Ich glaube nicht, dass das hier so wenig... Wüsste ich es doch. Ich würde mir nicht vorstellen, dass hier nur so wenig Kohle rumliegt. Nicht bei Attack of the B Team. Hey, na du. Leck mich am Arsch. Das brauchen wir. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, ich dachte schon hier unten wäre Ende. Ich brauche das Eisen. Da geht kein Weg dran vorbei. Zack. 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 Oh nooo! Ich hab ein Problem. Ne, warte mal. Wo piept sie? Guckt euch dieses Eisen an. Brauche es. Was denn, Spacko? Oh fuck, Leute, wir sind voll am Arsch jetzt. Nein, sind wir nicht. Ole, hallo? Komm her, komm her. Tada, wir können fliegen, weil ich jetzt eine Fledermaus bin. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mhm. So. 34 Eisen, Leute. Nice Geschichte. Jetzt können wir Kaffee-Beans. So viele tolle Sachen machen. Das ist, ähm... Ledermauswolle. Neues. Ja, auf jeden Fall ein paar tolle Dinger machen. Werden wir uns erstmal eine Eisenspitzhacke machen. Können wir mal ein bisschen hier die Gegend erforschen, ob wir hier was Tolles finden. Hier ist auf jeden Fall dieses, ähm... Ne? Wer weiß, was ich mein? Dieses gebrannte Lehm. Ey, von der Seite kam ich gar nicht. Ich will mal gucken, was hier so los ist. Ich will hier nicht was Tolles finden. Hm. Unten haben wir nochmal Kohle. Harfe. Vorne ist ein Kreis. Da gehen wir mal hin. Aber da waren wir, glaube ich, schon mal. Wenn ich mal wüsste, was das hier ist. Was hier alles Schönes angepflanzt wurde. Hm. Sieht schön aus. Wer hat da oben gebaut? Schauen wir mal. Was soll denn der Scheiß? So ein Bewohner. Hm. Wir wissen, wo dieses Portal hinführt. So. Okay. Hallo, wie geht's euch? Da hat die Welt mal wieder nicht... Oh, Scheibe. Vorne ist unser... Hornpunkt. Hm. Da vorne ist auch noch was gebaut worden. Ah, da liegen zwei Betten. Ich hab mal gewusst. Hätte ich die abgebaut. Guck mal, was da ist. Wo mal für Minimap. Leute sind hier aber schön fleißig am Bauen. Da oben. Schön im Himmel, ey. Das ist ja toll. Direkt oben in den Wolken. Das ist schön. Also das muss ich sagen, das ist schön. Und das mit den Bäumen ist auch genial. Also das hier ist echt eine schöne Stelle. Hätte ich das mal eher gewusst. Das ist ähm... Das ist ähm... Schön. Wer hat hier auch immer gebaut hat. Schön. Hast du toll gemacht. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Ich denke, dass unser Eisen jetzt durchgebrannt ist. Und... Werden wir uns mal eben... uns da ran machen. Dann unser wunderschönes Eisen. Da. Ja, noch nicht ganz, aber für ein paar Spitzhacken wird es reichen. Dann... Für zwei erstmal. Sitz, sitz. Zack, zack. Und da wir ja jetzt fliegen können. Wird es... Ziemlich leicht für uns. So. Oh, nice. Guckt euch das an. Fossilien. Die mag ich ja. Können wir direkt noch ein paar sammeln. Aber kam es jetzt nur Scheiße raus. Was soll denn der Quatsch? Oh, über uns ist direkt Kohle. Nehmen wir natürlich mit. Was wir die brauchen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt was erkennen. Ich habe Helligkeit natürlich auf hell gesetzt. Weiß auf der Redstone. Wie gehe ich jetzt? Ja. Habe ich schon gewundert waren dazu. So. Upp. Zack. Zack. Diamant. Den bauen wir ab. Oh yeah, bitch. Tsching, tsching. Tsching, tsching. Wir sind reich. Tsching, tsching. Wir haben Diamant. Tsching, tsching. Und was für eine Ader. Leck mich doch am Popo Schmitz, ey. Das ist ja wohl genial. Daraus können wir uns erstmal auf unser Startwerkzeug brusteln. Brusteln. Basteln. Das wird Bombe, Leute. Bombe. So viel Diamant. Oh, Eisen auch noch. Nehmen wir mit. Ich muss nämlich auch gleich eine Rüstung machen. Wir brauchen ziemlich viel. Wir werden uns auf jeden Fall eine Rüstung craften. Mit dem Eisen, was wir jetzt hier haben. Das ist nice. Uh, und da unten ist der Kohle. Wir haben Lauf, Leute. Wir haben Lauf. Ah, nice. Haben wir einen geilen Lauf. Eigentlich wollte ich Steine sammeln, um mein Haus zu bauen. Aber, was bringen uns tausend Steine? Wenn wir keine Kohle haben, ne? Um die nachher zu brennen. Weil ich will Brickstones. Also, die einen haben. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe. Ihr wisst, was ich meine. So. Und deswegen brauchen wir Fackeln. Ah, wir brauchen so viel Kohle. Aber hier kommt auch einiges zusammen. So. Ey. Bleib an. Da ist auch noch mal Kohle. Da ich jetzt so eine kleine Fledermaus bin, kann ich mich hier wunderschön reinquetschen in die Enken. Und wir sammeln Kohle. So. Also, daraus kriegen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Fackeln. Auf jeden Fall. Dann können wir es nachher hier bei uns erstmal ein bisschen heller machen. Damit wir nicht mehr so oft von den Zigeunern hier angegriffen werden. Oh, da haben wir noch mehr Eisen. Nice. Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine Rüstung und alle Werkzeuge in Eisen auf jeden Fall. Wunderbar. So. Wunderbar sage ich dazu nur. So. Lucilien. Braurig. Ich dachte, das wäre Diamant. Ähm. Ja. Ich weiß. Kohle. Aber dann lassen wir erstmal da liegen. So. Kohle brauche ich auf jeden Fall auch noch. Hört ihr diese Spinne? Wird gleich sterben. So. Leute. Was geht ab hier, ey? Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down? Nice. Wird beschossen. Wir müssen weg hier. Hm. Was haben wir denn? Oh, Eisen. Ey. Was soll der Rummel? Du blöde Skilett-Mumu. So. Oh, wir sind ja schon wieder am Ende. Mein Gott. Geht das schnell. Wenn man Spaß an dem Game hat, geht das ratzfatz die Zeit um. Du müsst aber noch sterben. So. Leute. Wir sind leider am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut in die Playlist rein. Dort findet ihr alle Folgen zur Minecraft Attack of the Beat Team. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.